moin herzlich willkommen zurück hier zur nächsten folge let's play ls 17 nord frisische marsch vierfach map 2 1 ohne gräben immer noch 21 weiß nicht was die 2 2 rauskommt ob noch eine 2 2 rauskommt ich denke schon dann die hat ja mal ideen wie dem aus sei wir schauen mal ich verkaufe mal wieder was verkauf wieder anhänger und lkws und überhaupt alles was irgendwie so hier nicht nid und nagel fest ist wird jetzt vertickt soll ich damit alles nur unnützer ballast hallo genau verkaufe und jetzt bist du dran bist du auch verkauft was mir treue dienste geleistet aber jetzt brauche ich dir nicht mehr vielen dank bevor du nur rum stehst bist du verkauft mit laufendem motor so bin ich zack schon ist es leise hier ist das nicht schön nur er fährt hier wieder irgendwo hin was meint er denn wenn wir jetzt bis ins wasser gefahren oder was ja ich meine okay die kann er nicht kriegen aber hier kann er eigentlich noch fahren du solltest ein teil da hinten ausklappen hmm haben wir denn noch irgendwas nö doch haben wir Milch, wie sieht es bei der Dingser aus? Molkerei. Milch, 205.000 Liter. Na, dann kann ich zumindest schon mal mich auf den Weg machen. Dann kann ich nämlich auf dem Rückweg kann ich dann auch die Zornmaschine verkaufen. Weil die brauche ich ja nicht mehr. Boah, ja. Vielleicht mal rausgucken beim Fahren. Mann, Mann, Mann. Immer auch Sachen. Ja, aber so mit 100.000 Liter Milch hinten dran soll der wohl leicht aus der Spur kommen. Das soll wohl sein. Das soll wohl so sein. So. Produktion läuft. So, was ist hier? Alles noch da. Was machen wir mit dem? Dreimal gestern an. Verkaufen. Verkaufels. 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 Kan! Da oben hat irgendwie ein Ausrufezeichen, was auch immer das heißt. Fliegel-DPW-Pack, du hast mir treue Dienste geleistet, wirklich, du hast mein erstes Modding-Video, mein erstes Tutorial ermöglicht, aber ich brauch den nicht mehr, ich hab jetzt was eigenes. Trotzdem ein cooles Mod-Paket, echt cool. Das ist, glaube ich, eins, der gehört so mit zu diesen Standard-Mod-Paketen, oder? Die also auf jedem zweiten Server oder in jedem zweiten Spiel zu finden sind, würde ich mal fast behaupten. Verkauft. So, damit ist der auch weg. Ja, 5000 Liter sind auch drin, das war klar. Hier kann ich mal eben gucken. Ah, Palette ist fertig. Kann ich runternehmen. Und hier hinstellen. Auch wenn sie jetzt schräg steht, ist egal. Eben durch, ah, da wollte ich hin, genau. Weil hier kann nicht mehr weiter produziert werden. Und das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Und wo wir gerade hier oben sind, können wir dann auch gleich mal gucken. Ja, Bretter-Paletten, super. Und hier, hier. Und hier. Und hier. Hier oben nehme ich auch demnächst ein Zwischenlager für bauen. Entschuldigung, weil das sieht ja nun auch nicht schön aus, wenn hier wieder alles voll steht. Guck mal hier steht, hier stehen Paletten ohne Ende, aber wirklich ohne Ende. Und das tut ja nicht Not. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier könnte ich ein Zwischenlager bauen für Bretterpaletten, für Leerpaletten, für Bienenkörbe, für Holzkohle und für Holzscheite. Ah, okay. Hier schon mal ein bisschen Abschnitzel weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Na klar, das Axiom möchte baden gehen. Ja, super. Tolle Rolle. Paare nicht zu tief ins Wasser. Ja. Pack mich an die Füße, ey. Wieso fährst du überhaupt hier hin? Was stimmt mit dir nicht? Mit deinem Kurs. Echt unglaublich. Ja, fahr man. Wird eh nicht lange gut gehen. Die lassen wir einfach mal da stehen. Die auch. Die ist schief. Was machen wir denn noch? Ne, jetzt gucken wir erstmal nach Feldern. Aber die sind schon erntereif, aber noch nicht so voll. Erntereif. Was ist denn da oben drauf? Weizen. Weizen. 14 Millionen. Das können wir kaufen. Zack. Feld 45 gekauft. Und jetzt kommst du. So. Wir müssen das noch einmal dünnen, damit sich das auch lohnt. Wem fahren wir da? Fahren wir mal mit dem hier. Jetzt haben wir auch kaum noch Geld. Können wir uns nicht mal mehr noch ein paar Mähdrescher kaufen oder so. Sind das beides? Ne, das eine ist ein Überladewagen. Ihr hört es, die Zeit ist um. Das war's für dieses Wochenende. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ihr, wenn wir hier Feld 45 düngen, wird hier schon langsam dunkel. Ich mach mal Licht an. Fahr da mal langsam hoch. Und ja, danke fürs Abo, fürs Like, für die Kommentare. Ihr seid echt der Kracher. Also das, wow. Und ja, vielleicht kommt zum nächsten Wochenende hin, vielleicht kommen da meine Mock-Pakete raus. Mal gucken. Ich kann es noch nicht versprechen. Also nagelt mich nicht fest, bitte. Und sie kommen, wenn sie fertig sind. Naja, also vor dem nächsten Wochenende kommen sie auf gar keinen Fall. Und wenn sie bis dahin noch nicht fehlerfrei sind, dann kommen sie auch später erst noch. Gut, ich bedanke mich trotzdem bei euch und wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Und ja, vielleicht dann bis morgen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.